Ich war bei Ikea und dort habe ich zwei Brotkästen gekauft. Ich hatte eine Reihe von Ideen und zu Hause habe ich mir dann überlegt, welche davon ich umsetzen möchte. Ich habe zusätzlich noch zwei Bretter im Baumarkt besorgt, darauf die Brotkästen gestellt, die Rundungen angezeichnet und die dann mit der Stichsäge ausgesägt. Ich habe mich hier übrigens ein bisschen beim Easy Alex inspirieren lassen. Ich habe noch die Kanten einmal abgeschliffen, dann einmal noch mit der Fräse drüber gegangen und jetzt die Brotkästen verschraubt mit der einen Platte. Das habe ich mit dem zweiten auch gemacht und dann kommt noch einmal die Platte obendrauf und das Ganze wird auch wieder gut verschraubt. Zum Schluss kommen noch die Möbelfüße dran, die habt ihr auch bei Ikea besorgt und das ist das fertige Sideboard. Ich finde, es sieht richtig cool aus. Man kann den Seiten auch noch was verstauen und es hat richtig viel Spaß gemacht. Die gefällt es euch.